Wir werden uns heute anschauen, wie wir den End- und Primärenergiebedarf aus dem Nutzenergiebedarf heraus berechnen, unter Verwendung der Gebäudetechnik. Also für den Nutz- oder Heizwärmebedarf, das was wir vorletztes Mal gemacht hatten, spielt die Gebäudetechnik noch wirklich gar keine Rolle, außer vielleicht bei den Lüftungswärmeverlusten, je nachdem wie man das bewertet. Und jetzt müssen wir für den End- und Primärenergiebedarf die Gebäudetechnik auswählen und bewerten und das schauen wir uns heute, wie gesagt, an. Herr Hilger ist mit der Bewertung der Studienleistungen durch. Dazu kriegen Sie heute auch Feedback und können dann am Freitag sich entsprechend noch bei uns melden, wenn Sie da wissen wollen, falls Sie nicht bestanden haben, woran es liegt. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Da kommen wir später noch zur Software, sage ich noch zwei, drei Sätze. Und das letzte Mal, wie gesagt, letzte Woche hat Herr Mock Ihnen so ein bisschen was erklärt zum Thema Brennwertkessel, Solarthermieanlage, wie ich die einbinden kann, wie es grundsätzlich funktioniert. Jetzt nur noch mal so als Kompaktrückblick. Dann als zweite Technik auch die Wärmepumpen thematisiert. Geothermie, Luftwasserwärmepumpe, wo kann ich Geothermie überhaupt realisieren? Welche Geothermie-Varianten gibt es? Und so weiter und so weiter. Das, um das ist so, oder hier Holzpellet war so die dritte große Technik. Und wir werden jetzt hier wieder in unserem Bewertungsschema weitermachen. Dem Grunde nach kennen Sie das schon aus der vorletzten Veranstaltung. Wir hatten im Kapitel E berechnet den Jahreshizwärmebedarf des geplanten Gebäudes und des Referenzgebäudes. Wenn wir da noch mal einen Blick zurückwerfen ins Kapitel E, da waren wir stehen geblieben. Oder war das Ende dann des Kapitels E, den Heizwärmebedarf des geplanten Gebäudes oben und unten des Referenzgebäudes. Wir hatten das durchgerechnet für einen Monat und sind dann, wenn man alle Monate aufaddiert, auf den Jahreshizwärmebedarf gekommen. Geplantes Gebäude bei 11.100 Kilowattstunden pro Jahr und das Referenzgebäude 12.800. Mit den Werten rechne ich jetzt weiter. Also wenn wir das mal einfach mal hier drüber schreiben. 11.100, ich runde da jetzt mal ein bisschen, das spielt jetzt nicht so die große Rolle pro Jahr. Und hier das waren dann die 12.800 Kilowattstunden pro Jahr. Klappert es ein bisschen. Das waren die Summenwerte und jetzt müssen wir das noch durch die Fläche unseres Hauses teilen. Sie sehen hier, wir brauchen jetzt auch die Nutzfläche unseres Hauses. Auch die hatten wir im Kapitel E schon mal berechnet. Da gehe ich gerade noch mal in die Eingangsdaten. Weil die weiteren Tabellen nämlich alle mit den flächenbezogenen Kennwerten arbeiten. Deswegen brauche ich die Nutzfläche meines Hauses. Und die Nutzfläche meines Hauses, die steht hier, an, das sind 270 Quadratmeter. Das heißt, ich nehme jetzt diese Werte und dividiere die durch 200, größerer Stift, 270 Quadratmeter. Das machen wir gleich. So, und dann muss ich jetzt im nächsten Schritt bewerten, die energetischen Verluste, die meine Anlage aufweist. Jetzt noch mal zur Wiederholung. Warum muss ich das Ganze machen? Gehe ich mal ganz nach oben. So. Wir hatten berechnet, die hier blau umrandete Nutzenergie. Und wenn ich jetzt das grün umrandete haben möchte, also die Endenergie, dann brauche ich, muss ich eine Angabe haben, zu den einzelnen Wärmeverlusten meiner Anlagentechnik. Also die Verluste, die bei der Erzeugung der Wärme entstehen, die bei der Speicherung der Wärme entstehen und bei der Verteilung der Wärme ins Gebäude, in die Räume hinein. Dann habe ich an dieser Stelle hier den Endenergiebedarf. Wie bewerte ich das? Wie mache ich das? Da gibt es natürlich wieder verschiedene Verfahren. Wir gucken uns von Hand ein Tabellenverfahren an. Das ist das Verfahren nach der DIN V4701 Teil 10. Und da kann ich dann direkt aus der Tabelle ablesen, den entsprechenden Endenergiebedarf. Und wir gucken uns dann auch im Weiteren an, wie ich das Ganze mit so einer Software lösen kann. Das ist dann etwas detaillierter. Ich habe mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann die Anlagenvariante besser anpassen an das, was ich machen möchte. Aber dazu später. So, das heißt, wir fangen jetzt an. Gehen ins Skript rein. Und fangen hier mal an. So, das heißt, wir haben hier die Nutzfläche 270 Quadratmeter. Und hier an der Stelle das geplante Gebäude, die 11.100 Kilowattstunden, dividiert durch die 270. Das ist der flächenbezogene Heizwärmebedarf. 11.100 durch 270 sind 41,1 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr. Und das Gleiche mache ich beim Referenzgebäude auch. Die 12.800 Kilowattstunden durch die 270 sind 47,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist der flächenbezogene Heizwärmebedarf. Den brauche ich nämlich jetzt, um in den entsprechenden Tabellen der Norm direkt den flächenbezogenen Endenergiebedarf ablesen zu können. Das Ganze funktioniert mit dieser 4701 Teil 10, mit der DIN 4701 Teil 10. Und wenn wir das jetzt mal von Hand kontrollrechnen wollen, dann gibt es diese gute Systematik, das Inhaltsverzeichnis zum Auffinden der richtigen Anlagentechnik. Weil jetzt spielt die Anlagentechnik eine Rolle. Ich muss jetzt gucken, mache ich das für einen Gasbrennwertkessel, für eine Wärmepumpe, habe ich eine Solathermie oder nicht, habe ich eine Lüftungsanlage oder nicht. Wo steht die Anlage? Steht die in meiner beheizten Gebäudehülle? Oder steht die außerhalb meiner beheizten Gebäudehülle? All diese Angaben brauche ich jetzt zur Definition meiner gesamten Anlagentechnik, die ich für die Wärmeerzeugung habe. Und wenn man das von Hand macht, dann muss man sich durch dieses Inhaltsverzeichnis wühlen, in Anführungsstrichen. Ist jetzt nicht weiter schwierig. Ich würde jetzt mal aufmachen, das Tabellenbuch dazu. Ach ja doch, das Tabellenbuch, beziehungsweise die Anlage, die Sie im Arbeitsheft hinten haben, nämlich das Gebäudeenergiegesetz. Da brauchen wir nämlich jetzt, wir brauchen ja das geplante Gebäude und wir brauchen das Referenzgebäude. Wir brauchen ja beides. Insofern mache ich mir das mal parallel auf. Das können Sie auch machen. Und zwar brauchen wir da das Referenzwohngebäude, also die Anlage 1. Das ist dann auf der Seite 40 der PDF, beziehungsweise in Ihrem Arbeitsheft dann entsprechend hinten. Und wenn wir uns das mal anschauen, mal nebeneinander legen, da ist jetzt links das Referenzgebäude. Ich hoffe, es ist alles drauf. Dann sind da natürlich die Referenzbauteile. Die brauchten wir, um letzten Endes den Heizwärmebedarf berechnen zu können. Und Sie finden dann auf der zweiten Seite dieser Tabelle auch die Definition der Gebäudetechnik des Referenzgebäudes. Wir müssen jetzt auch wieder natürlich quasi zwei Berechnungen parallel machen. Das heißt, wir müssen erst mal schauen, was das Referenzgebäude denn so hat als Anlagentechnik. Das bleibt dann immer gleich. Also egal, welche geplante Anlagentechnik ich bewerten möchte, das Referenzgebäude bleibt dann gleich. Das muss ich also nur einmal raussuchen. Deswegen fangen wir mal damit an, mit dem Referenzgebäude. Und in diesem Inhaltsverzeichnis empfiehlt es sich, wenn man da von oben nach unten arbeitet. Deswegen stehen da auch rechts die Ziffern dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Also von oben nach unten arbeiten. Und wie funktioniert das Ganze? Man markiert das, was zutrifft. So, und jetzt schauen wir mal. In dem ersten Segment geht es um den Wärmeerzeuger für die Heizung. Jetzt schauen wir parallel im Referenzgebäude mal rein. Da sehen Sie dann als erste Zeile Heizungsanlage. Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel. Erdgas als Energieträger. Aufstellung. Wo steht die Heizung? Für Gebäude bis 500 Quadratmeter Nutzfläche. Das wäre ich ja. Steht das Ding innerhalb der thermischen Hülle im Referenzgebäude. Dann folgen noch Auslegungstemperaturen und so weiter. Die brauche ich aber jetzt erstmal noch nicht. Das heißt, ich habe einen Brennwertkessel. Energieträger Gas. Und alle Anlagennummern, die hier jetzt auftauchen, das sind dann Anlagennummern, in denen ein Gasbrennwertkessel verbaut ist. Das heißt, ich weiß, die Anlagennummern 1 bis 15 kommen schon mal nicht in Frage. Und die Anlagennummern ab 49 aufwärts kommen auch nicht in Frage. 1 bis 15 wäre zum Beispiel ein Niedertemperaturkessel. Und ab 49 kommen dann die Wärmepumpen. So, ich habe also den Kreis schon mal enger gezogen. Jetzt geht es in die zweite Abteilung. Jetzt geht es um den Wärmeerzeuger für mein Trinkwarmwasser. Schaue ich in die Zeile 7 meines Referenzgebäudes. Da steht dann zentrale Trinkwasserbereitung, Warmwasserbereitung, gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 6 der Tabelle. Das heißt, ich kann hier markieren, zentral zusammen mit der Heizung. Das ist dann entsprechend meine Referenzanlage. Und jetzt gehe ich hin und muss das übereinanderlegen. Ich habe schon das erste Sieb oben drüber gelegt. Das waren die Anlagen 16 bis 48. Und jetzt muss ich schauen, welche Nummern tauchen jetzt auch hier auf. Das heißt, die Anlage 16 ist dabei. Bis 48 habe ich oben auch Anlagen gefunden. Und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt geht das hier nur noch bis Anlage 42.1. Das heißt, es fallen die Anlagen 43 bis 48 weg. Das ist dann eine andere Trinkwarmwasserbereitung. Und so geht das jetzt weiter. Nächster Schritt, Solaranlage. Muss ich wieder in mein Referenzgebäude schauen. Zeile 7. Ich habe eine Solaranlage. Also das ist der dritte, der vierte Punkt nach Berechnung Paragraf 20 Absatz 2. Das ist unsere DIN 47.01. Steht dann da auch. Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen Trinkwarmwassererwärmung. Entsprechend den Vorgaben der 47.01 Teil 10 und so weiter und so fort. Kleine Solaranlage bei Fläche unter 500 mit einem bivalenten Solarspeicher. Interessiert uns jetzt noch nicht, aber gleich in Dämmwerk interessiert uns das. So, das heißt, ich habe eine Solaranlage. Und zwar nur für die Trinkwarmwasserbereitung. Also solare Unterstützung der Trinkwarmwasserbereitung. Und jetzt markiere ich wieder die Nummern zwischen 16 und 42. Da sehen wir, da fällt schon einiges weg. Bleibt übrig 31 bis 40. Und so wird quasi der Kreis der in Frage kommenden Anlagen immer kleiner. Nächster Punkt. Lüftungsanlage. Schaue ich wieder ins Referenzgebäude. Was habe ich da? Ich habe eine zentrale Abluftanlage. Nicht bedarfsgeführt mit geregelten DC-Ventilatoren. DIN 47.01 Teil 10. Anlagenluftwechsel 0,4. Das ist das, was wir beim Lüftungswärmeverlust berücksichtigen mussten, wenn Sie sich erinnern. Das heißt, ich schaue mal, was ich hier habe. Ich habe eine Abluftanlage. Ohne Wärmerückgewinnung, ohne Wärmepumpe. Das heißt, wieder entsprechende Auswahl der Anlagen. Und jetzt sehen wir hier. Keine Anlagen, nur mal gefunden. Das heißt, da mache ich mal ein Fragezeichen ran, während ich hier oben immer was gefunden habe. Also ich hatte einen, das ist ja das Referenzgebäude. Entschuldigung, falsche Farbe. Also Brennwertkessel. Ich habe zentral mit der Heizung, hatte ich gefunden. Ich habe eine Trinkwarmwassersolaranlage. Mache ich jetzt mal ein Fragezeichen an meine Lüftungsanlage. Okay, das heißt irgendwie kein Ergebnis, kann ja auch nicht sein. Und jetzt müssen wir uns erinnern, was quasi beim Lüftungswärmeverlust stand. Und eine reine Abluftanlage macht erstmal nichts anderes, als die Luft raussorgen. Und diesen Vorteil, den ich dadurch generiere, habe ich bereits berücksichtigt bei den geringeren Lüftungswärmeverlusten. Und wenn Sie sich erinnern, ich springe nochmal an die Stelle zurück, dann konnten wir bei der Berechnung der Lüftungswärmeverluste Da müsste es sein. Bei der Berechnung der Lüftungswärmeverluste konnte ich Hier unten war es markiert Einen geringeren Lüftungswärmeverlust NX berücksichtigen, nämlich bei reinen Abluftanlagen von 0,15. Das heißt, dass ich da eine Abluftanlage habe, habe ich schon berücksichtigt. Das heißt, das taucht jetzt gar nicht mehr in der Gebäudetechnik auf. Und deswegen muss ich hier davon ausgehen, deswegen markiere ich das mal in blau, dass ich quasi ohne Lüftungsanlage rechne, weil das ja schon beim Lüftungswärmeverlust berücksichtigt wurde. Und jetzt finde ich auch wieder Nummern zwischen 31 und 40, nämlich 31, 32, 33 und 34. Das heißt, hier die Besonderheit, ich muss hier schauen ohne Lüftungsanlage. Gucken wir mal weiter. Wärmeübergabe an den Raum, also welche Heizflächen habe ich? Gucke ich wieder in meinem Referenzgebäude. Da sehen wir in Zeile 6 den letzten Punkt. Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, also normale Heizkörper, Anordnung an normale Außenwand und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe hier freie Heizkörper bei der Wärmeübergabe für mein Referenzgebäude. Jetzt schaue ich wieder 31 bis 34. Was finde ich da? 31, 32 finde ich da. Das heißt, noch zwei Anlagennummern kommen in Frage. Nächster Punkt, Anordnung der zentralen Komponenten. Da hat man das schon gefunden in der Zeile 6. Erster Spiegelstrich für Gebäude bis 500 Quadratmeter Nutzfläche steht das Ding innerhalb der thermischen Hülle. Überwiegend innerhalb der thermischen Hülle. Das heißt, was bleibt jetzt übrig? 31, 32. Ich habe immer noch zwei Anlagennummern. Okay, immerhin. Und das wird immer passieren. Wir gucken gleich, warum immer zwei Nummern übrig bleiben. Und nie oder selten mehr als zwei Nummern, aber nie weniger als zwei Nummern. Und jetzt muss ich in die DIN 4701 Teil 10 reingehen. Auch das schauen wir uns mal an. Die Norm finden Sie entsprechend in OneNote zum Beispiel. Oder ich öffne sie gerade mal hier als PDF. Das ist jetzt die DIN 4701 Teil 10. Das ist so gut wie vollständig zu erkennen. Und jetzt finden Sie in dieser Norm, ich scrolle einfach mal nach unten, immer zwei Seiten zu einer Anlagennummer. Sie sehen hier oben rechts die Anlagennummer. Das hier ist jetzt die Anlagennummer 2. und ich finde immer zu einer Anlagennummer 2 Seiten. Schauen wir uns das mal an. Das heißt, wir brauchen jetzt 31 und 32. So, 31. Da ist die Anlagennummer 31 und zwei Seiten später kommt die Anlagennummer 32. Jetzt könnte man so eine Art Suchbild machen, finde den Unterschied zwischen diesen beiden Anlagen. Sie können ja mal schauen, wenn Sie die PDF aufhaben, können Sie da ja mal schauen, ob Sie da einen Unterschied finden. Am besten schauen Sie sich das Schaubild hier an. Wirklich so ein Suchbild. Ich sage es Ihnen jetzt. Und zwar ist die Änderung hier im Bereich der Trinkwarmwasserverteilung. Wenn Sie sich da mal hier die Variante anschauen und die Variante anschauen, dann sehen Sie hier in der Anlage Nummer 31, dass da noch eine zweite Leitung ist und hier dieses Symbol steht für eine Pumpe. Und auch in der Beschreibung finden Sie das dann. Gebäudezentrale Versorgung mit Zirkulation finden Sie hier oben. Die Beschreibung und Anlage Nummer 32 finden Sie diese zweite Leitung nicht mehr. Da steht dann entsprechend ohne Zirkulation. Was heißt jetzt Zirkulation und Nicht-Zirkulation? Naja, wie der Name sagt, Zirkulation heißt, dass das warme Wasser in der Trinkwarmwasserleitung zirkuliert durch diese Umwälzpumpe. Und warum macht man das? Das macht man aus zwei Gründen. Einmal, weil dann sofort warmes Wasser kommt, wenn Sie den Hahn aufdrehen. Wenn Sie also, wenn Ihre Eltern ein Haus haben oder Sie in einer Wohnung leben mit zentraler Trinkwarmwasserbereitung und Sie drehen den Warmwasserhahn auf und Sie haben sofort warmes Wasser, dann wissen Sie ab heute, dass diese Trinkwarmwasserleitung mit Zirkulationen ausgebildet ist. Wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen und es fließt erstmal kaltes Wasser daraus, Sie können sich einen Kaffee aussetzen und irgendwie eine Minute später taucht dann warmes Wasser auf, dann haben Sie erstens eine sehr lange Leitung und zweitens keine Zirkulation, weil dann muss ja erstmal das abgekühlte Wasser aus der Trinkwarmwasserleitung rausfließen, bis dann warmes Wasser rauskommt aus dem Hahn. Es ist also zum einen ein Komfortaspekt, dass wenn Sie den Hahn aufdrehen auch sofort warmes Wasser kommt und zum anderen spielt auch ein hygienischer Grund damit rein, dass nämlich warmes Wasser, was Sie irgendwo rumstehen lassen, zur Verkeimung neigt irgendwann. Und das ist begrenzt von der Menge warmes Wasser, die da so rumsteht und von der Dauer. In Hotels oder in Studentenwohnheimen oder auch in Mehrfamilienhäusern muss man deswegen erstens, wenn es eine zentrale Warmwasserbereitung gibt, dieses zirkulieren lassen, damit es kein stehendes warmes Wasser gibt und zweitens, man muss es auch in regelmäßigen Abständen abtöten, die Keime, dadurch, dass ich das Trinkwarmwasser über, ich glaube, 75 Grad erwärme. Von der Menge des stehenden Trinkwarmwassers muss ich das im Einfamilienhausbereich nicht machen, weil so eine Umweltspumpe natürlich auch Strom verbraucht. Wenn wir uns gleich mal, wir vergleichen das gleich mal auf die Schnelle, mal anschauen, wie hoch der Stromverbrauch ist für so eine Umweltspumpe, dann läppert sich das auch übers Jahr gesehen. Das sind jetzt keine Tausende von Euro, aber können Sie schon einmal nicht von Essen gehen. Und es ist natürlich auch ein größerer energetischer Verlust da, weil ja permanent warmes Wasser in den Leitungen umgewälzt wird und natürlich sind die Leitungen gedämmt, aber trotzdem verliert das ja ein bisschen Energie. Schauen wir uns mal an, was das Referenzgebäude dazu sagt. Anlage zur Warmwasserbereitung. Wasserbereitung. Und hier finden wir Zeile 7, letzter Punkt, Verteilsystem mit Zirkulation innerhalb der wärmeübertragenen Umfassungsfläche. Das heißt, im Referenzgebäude ist festgelegt, dass da eine Zirkulation vorhanden ist. Das heißt, ich bin automatisch im Bereich der Anlage und 31. Das heißt, die Anlagenummer 31 ist die Variante Referenzanlagennummer. 31 ist das, was mein Referenzgebäude aufweist. So, Hurra, habe ich die richtige Anlagennummer rausgefunden. Und das ist auch der Grund, warum immer, wenn Sie das, wenn wir das gleich oder wenn Sie das alleine machen, mal nachschauen, führt weitere Varianten meiner geplanten Haustechnik, das ist der Grund, warum immer zwei Anlagennummern übrig bleiben. Eine mit Zirkulation, eine ohne Zirkulation. Es bleiben immer zwei Nummern übrig. Oder vier. Ja, aber nie drei, nie eine, nie fünf, weil Sie haben immer Varianten mit und ohne Zirkulation. So, und jetzt, was steht jetzt auf diesen zwei Seiten, die ich da jetzt rausgefunden habe? Auf der ersten Seite könnte man sagen, oder man hat jetzt das Gefühl, ich bin jetzt fast schon fertig, weil da steht ja schon direkt was von Primärenergiebedarf und den will ich ja letzten Endes haben. Hier unten auch, Primärenergiebedarf. Das Problem dabei ist, dass diese Norm veraltet ist. Das heißt, da fehlt die Anpassung an die aktuellen Primärenergiefaktoren. Das sehen wir gleich, was das ist. Das heißt, diese Tabellen auf der ersten Seite, die darf ich gar nicht verwenden. Schauen wir auf die zweite Seite und da finden wir jetzt mehrere Tabellen, die interessant für uns sind. Wir finden zum einen hier oben nochmal eine grafische Abbildung, flächenbezogene Endenergien für Wärme, zwei Abbildungen und wir finden die entsprechenden Tabellen unter diesem Diagramm. Wir können jetzt also mit den Grafiken arbeiten und wir können mit den Tabellen arbeiten. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich gehe immer in die Tabellen, aber wir machen das jetzt beides mal und ermitteln dann auch denselben Wert logischerweise. Jetzt gucken wir uns die Tabellen mal an. Ich schneide jetzt einfach mal die Tabelle hier raus, dass ich da auch reinschreiben kann. und kopiere mir die nach OneNote. So, das ist jetzt die Tabelle Endenergie, die ich da ausgeschnitten habe. Also diese Tabelle hier, die obere, Entschuldigung, ich will es nicht markieren, jedenfalls die obere Tabelle ist das, die ich jetzt hier habe. Die schauen wir uns mal an. Was finden wir denn da alles? Da finden wir zum einen den Energieträger Nummer 1. Das ist Erdgas bei uns. Das passt schon mal. Wir finden die Nutzfläche An unseres Hauses. Das sind die Spalten. Und wir finden hier vorne die Größe, um die es geht. Das ist Q, W, E, E. Q, das noch mal kurz zur Erläuterung. Q ist dann eine Wärmemenge oder Wärmemenge. und hier geht es um die Wärmeenergie. Deswegen W, E, Wärmeenergie und der Index E hier steht für Endenergie. So, Q, W, E, E ist also die Endenergie wärmeseitig und zwar auf die Fläche bezogen. Deswegen das kleine Q. So, und dann finden wir noch verschiedene Zeilen und was steht in den Zeilen drin? Da ist jetzt der flächenbezogene Heizwärmebedarf Q, H, den ich da quasi auch berücksichtigen muss. So, jetzt schauen wir mal was hatten wir da fürs Referenzgebäude hatte ich da einen Heizwärmebedarf von 47,4 Das heißt, ich liege was die Zeilen angeht zwischen der 40er und 50er Zeile 47,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, war das von meinem Referenzgebäude also Q, H, Referenz die kann ich ja abschneiden die brauche ich nicht und meine Nutzfläche die ist ja einheitlich für alle A, N lag bei 270 Quadratmetern Das heißt, ich muss interpolieren zwischen diesen Werten jetzt schaue ich mir die aber erstmal an das heißt in Frage kommen grundsätzlich für mein Referenzgebäude diese vier Werte zwischen denen ich interpolieren muss jetzt gucken wir uns erstmal die Spalten an die Spalte 200 Quadratmeter und die Spalte 300 Quadratmeter und dann sehen wir okay, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig ja, also 48,6 48,7 hey, was soll's ich mache eine Handrechnung die soll schnell gehen das heißt, ich interpoliere jetzt nicht zwischen 200 und 300 Quadratmetern ich nehme den Wert der auf der sicheren Seite liegt gleich jetzt haben wir die Zeilen 40 und 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja und wenn ich jetzt mal sage ich reduziere das jetzt schon mal auf zwei Werte und nehme jetzt die höheren Werte nehme ich jetzt die dann muss ich interpolieren zwischen 48,7 und 58,3 so und wenn man das dann von Hand macht das gucken wir uns gleich an dann muss ich da interpolieren oder ich kann auch und da ist dann tatsächlich die Grafik ganz hilfreich die kopiere ich mir jetzt auch mal gerade da hin dann kann ich da nämlich direkt ablesen so wir sind also bei einer Fläche von 270 hier unten trage ich mir grob ein 250 75 das heißt hier ungefähr habe ich 270 machen wir es ein bisschen sauberer so also ungefähr da und jetzt muss ich interpolieren zwischen 40 und 50 jetzt ist die 40er steht da ja gar nicht so richtig doch die steht da schon also die die 40er ist jetzt diese Kurve hier die 90er ist da oben die das heißt zwischen 40 50 60 70 80 90 das sind also 10er Schritte muss ich jetzt interpolieren ich habe 47 kann ich also auch aus dem Auge sagen das sind 45 das heißt da bin ich ungefähr und dann hätte ich hier den entsprechenden Heizwärmebedarf den ich jetzt ablesen könnte der liegt zwischen 50 und 60 und auch da würde ich jetzt sagen das sind so ungefähr also das ist dann der Wärmeenergie Endenergie Bedarf meines Gebäudes da würde ich sagen wenn ich jetzt grafisch das ganze mache was kommt da raus sagen wir mal 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr das heißt das ist dann direkt mein Endenergiebedarf inklusive aller Wärmeverluste für Erzeugung Verteilung Speicherung und so weiter das ist der grafisch ermittelte wenn es schnell gehen soll machen sie es so gucken wir uns an wie man das auch berechnen könnte wie ich also interpolieren könnte zwischen diesen beiden Werten da oben mache ich jetzt mal Interpolation wie mache ich das ich bilde erstmal die Differenz von beiden ja das sind also 58,3 minus die 48,7 das ist die Differenz wenn sie so wollen das ist die Steigung dividiert durch die die x Differenz das sind 10 Kilowattstunden weil ich ja hier den Sprung habe von 40 auf 50 Kilowattstunden ja dann kenne ich quasi die Steigung jetzt muss ich multiplizieren mit dem x-Schritt den ich dann tatsächlich mehr mache das heißt hier muss ich jetzt sagen ich habe die 7,4 die 7,4 ich markiere jetzt wo kommt die her das sind die hier weil ich ja von 40 noch 7,4 Kilowattstunden weiter nach rechts gehe auf meinem Diagramm jetzt weiß ich sozusagen denn wenn ich das jetzt mal so skizziere was mache ich denn hier überhaupt oder ich gehe ins Diagramm da kann ich es Ihnen auch zeigen ich ermittle sozusagen die Steigung dieser Geraden hier ja übertrieben gesagt geht die ja so hoch das heißt das habe ich jetzt ermittelt ja dieses x habe ich jetzt berechnet bis hier hin jetzt muss ich ja noch was dazu addieren nämlich das was unten noch fehlt also das von dem x bis dann hier unten noch das Stück oben drauf und zwar das für 40 das heißt plus plus 48,7 was ist jetzt 48,7 48,7 ist das da so und auch das wäre mein Wärmeendenergiebedarf so wie viel ist das rechnen wir es gerade aus also die 58,3 minus 48 45,7 sind 9,6 geteilt durch 10 0,96 mal 7,4 in 7,104 plus 48,7 sind 55,8 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja so und das wäre der genaue Wert ja also aus der Grafik abgelesen 56 und berechnet sind es 55,8 ist jetzt ihre Entscheidung wenn es schnell gehen soll machen sie es mit der Grafik aber hinreichend genau und wenn sie es ein bisschen genauer haben wollen dann müssten sie es interpolieren so und die 55,8 das ist jetzt der Wärmeendenergiebedarf meines Referenzgebäudes Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja wenn wir jetzt nochmal in die PDF gucken in die 47,01 dann sehen wir dass da unten noch eine Tabelle ist nämlich die sogenannte flächenbezogene Hilfsenergie was ist das was ist Hilfsenergie Hilfsenergie ist die Energie die sie brauchen damit ihre Anlage überhaupt funktioniert jede Anlage hat Pumpen jede Anlage hat eine Steuerung das heißt sie brauchen Strom damit so eine Heizung überhaupt läuft und das ist die Hilfsenergie das heißt die muss ich jetzt auch noch berücksichtigen die Tabelle schneide ich mir auch aus kopiere sie mir da habe ich jetzt die Hilfsenergie und die Hilfsenergie ups Endenergie Hilfsenergie deswegen He Hilfsenergie Index E Endenergie die hängt jetzt nur von der Nutzfläche ab das heißt da habe ich jetzt 270 Quadratmeter wieder hier ich gucke mir also an wie groß ist die Differenz die ist schon was größer entweder ich interpoliere jetzt wieder zwischen 2,8 und 2,1 oder ich nehme den Wert auf der sicheren Seite eine Handrechnung soll schnell gehen das heißt ich verwende jetzt den Wert 2,8 also Hilfsenergie Endenergie ungefähr 2,8 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja das ist dann die entsprechende Hilfsenergie hier oben Quadratmeter und ja und damit bin ich jetzt fertig ich habe jetzt die Endenergie ermittelt das heißt zu rechnen gibt es da nicht viel ich muss die richtige Anlagennummer finden in der DIN 47,01 Teil 10 muss dann vielleicht interpolieren oder auch nicht und habe dann die flächenbezogene Endenergie meines Gebäudes jetzt springe ich mal hier unten rein ähm ne springen wir nicht machen wir gleich so was kann ich jetzt mit der Endenergie alles anfangen ich kann mit der Endenergie zum Beispiel Energiekosten berechnen die Endenergie ist ja das was auf dem Gaszähler steht oder auf dem Stromzähler steht ich kann mit ähm der Endenergie auch CO2 Emissionen berechnen weil das ist ja das letzten Endes was auch verbraucht wird real verbraucht wird und beides machen wir jetzt mal gucken wir uns also mal an wir gucken uns als erstes an die Energiekosten des Referenzgebäudes so wie teuer ist die Energie wenn sie später eine bauphysikalische Beratung machen oder auch eine Energieberatung machen dann gehört das auch immer mit dazu dass der Bauherr natürlich wissen möchte ähm wenn ich eine Holzpelletanlage nehme ist bezahle ich dann mehr oder weniger als wenn ich eine Wärmepumpe nehme ist ja ein ganz anderer Energieträger es wird ein ganz anderer Endenergiebedarf sein wie verhalten sich die Energiekosten bezogen auf dieses Referenzgebäude also das gehört eigentlich zur Standardberatung mit dazu und das möchte der Bauherr natürlich nicht nur wissen für hier und jetzt und heute sondern ähm will natürlich auch einen Blick nach vorne werfen so auch da ähm gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten an an Kosten zu kommen im Skript habe ich Ihnen mal eine Studie verlinkt das ist die sogenannte Energiereferenz Prognose die die Bundesregierung regelmäßig erstellt um rauszufinden wie werden sich denn die Energiekosten in den nächsten Jahren entwickeln und wir haben jetzt hier zwei Tabellen diese linke Tabelle die ich jetzt hier mal aufgezogen habe die bewertet jetzt ähm Verbraucherpreise für Mineralölprodukte Erdgas und Steinkohle ähm inklusive Mehrwertsteuer ähm oder ohne Mehrwertsteuer real in Cent pro Kilowattstunde das heißt wir können jetzt hingehen wir sind im Jahr 2020 das ist eine Prognose die schon ein bisschen älter ist können das gleich mal vergleichen mit aktuellen Preisen und diese Referenzprognose sagte jetzt für das Jahr 2020 jetzt gucken wir mal bei Erdgas Erdgashaushalte das ist die gestrichelte Linie das heißt ich bin hier an der Stelle ungefähr das heißt diese Energiereferenzprognose sagte voraus dass dass der Haushaltspreis für Erdgas im Jahr 2020 2021 so in etwa bei 7,5 8 Cent pro Kilowattstunde liegt da können Sie gerne jetzt mal in Google reingehen und bei Verivox und was auch immer irgendwelchen Suchmaschinen einfach mal eingeben was kostet Erdgas die Kilowattstunde das ist das was die Wärmemenge oder Wärmeenergie braucht Erdgas wir haben aber auch Hilfsenergie und die Hilfsenergie ist immer strombasiert jede Pumpe läuft nicht mit Erdgas sondern die läuft mit Strom jede Anlagensteuerung braucht Strom insofern brauchen wir auch einen Strompreis den haben wir hier 2020 die Werte stehen hier und das sind jetzt Euro pro Megawattstunde müssen also nochmal durch 1000 teilen um auf die Kilowattstunde zu kommen Haushalte ist die gepunktete obere Linie das heißt wir sehen hier einen Preis von 29,2 Cent pro Kilowattstunde 0,292 Euro pro Kilowattstunde insofern 29,2 Cent pro Kilowattstunde mit den Werten gehe ich jetzt in die Berechnung also mit den 7,5 und mit den 29,2 Cent jeweils für den Energieträger und berechne jetzt mal den Energie die Energiekosten meines Referenzgebäudes also Erdgas ungefähr 7,5 Cent pro Kilowattstunde Strom ungefähr 29,2 Cent pro Kilowattstunde und was mache ich jetzt multipliziere ich das einfach mit meinem Endenergiebedarf das heißt jetzt hier mal Endenergiebedarf Wärme das ist ja die Energie fürs Heizen das heißt mit den 55,8 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr und Hilfsenergie waren 2,8 Kilowattstunden Quadratmeter Jahr jetzt will ich das aber vielleicht nicht auf den Quadratmeter bezogen wissen sondern auf mein gesamtes Gebäude das heißt ich muss jetzt noch mit An multiplizieren und jetzt kann ich es ausrechnen also 7,5 mal 55,8 mal 270 sind 112.995 Cent wenn ich das jetzt in Euro wissen will naja dann teile ich es durch 100 das heißt 1130 1130 Euro pro Jahr wären die Gaskosten und die Hilfsenergiekosten entsprechend 0,292 mal 2,8 mal 270 sind 221 221 Euro pro Jahr das heißt die Gesamtkosten liegen dann bei entsprechend 1.351 1.351 Euro pro Jahr bei meinem Referenzgebäude als Vergleichsmaßstab wenn sie so wollen also 1.350 Euro Energiekosten pro Jahr also pro Monat gut ja gut 100 Euro 125 Euro betragen die Energiekosten fürs Referenzgebäude wenn wir schon dabei sind gucken wir uns jetzt auch die CO2 Emissionen an des Referenzgebäudes und das funktioniert nach dem gleichen Schema das einzige was ich dafür brauche sind die CO2 Emissionen und die finde ich auch wiederum im Gebäude Energiegesetz muss ich etwas nach hinten blättern wir haben hier die Primärenergiefaktoren die brauchen wir gleich Modellgebäudeverfahren und da sind die CO2 Äquivalente das heißt da finden wir jetzt auch wieder unsere Energieträger wieder für Erdgas und für Strom Erdgas gucken wir mal rein biogene Brennstoffe Biogas und so weiter das habe ich nicht das sind biogene Brennstoffe habe ich jetzt im Referenzgebäude nicht sondern ich habe fossile Brennstoffe Heizöl Erdgas Flüssiggas und so weiter das heißt bei Erdgas steht dann ein Emissionsfaktor von 240 Gramm CO2 Äquivalente pro Kilowattstunde CO2 Äquivalent Was heißt das Es geht um Treibhausgase insgesamt und da gibt es nicht nur CO2 als Treibhausgas es gibt zum Beispiel auch Methan da haben Sie bestimmt schon von gehört die Sache mit den Rindern und den Pupsen das heißt Methan ist ein weiteres Treibhausgas das ist auch sehr viel schädlicher als CO2 damit ich das aber leichter vergleichen kann wird alles umgerechnet mit einem Faktor der Schädlichkeit in CO2 Äquivalente das ist das was wir hier haben also 240 Gramm CO2 Äquivalente pro Kilowattstunde und Jahr multipliziert mit deinem Endenergiebedarf 55,8 multipliziert mit der Fläche 270 Quadratmeter und da komme ich dann auf 240 mal 55,8 mal 270 auf 3.615.840 Gramm geteilt durch 1000 dann habe ich Kilogramm sind also 3.616 Kilogramm CO2 Äquivalente pro Jahr also ihr Haus verbraucht Erdgas und dadurch entstehen 3,6 Tonnen CO2 pro Jahr wir können das gleich mal vergleichen mit zum Beispiel der Jahresemission eines PKWs damit man das mal ins Verhältnis setzen kann jetzt fehlt noch der Strom wenn ich da in die Tabelle gucke dann findet man 3 mal Strom also es gibt den netzbezogenen Strom es gibt gebäudenah selbst erzeugten Strom aus Photovoltaik zum Beispiel und den sogenannten Verdrängungsstrommix das was wir aber verbrauchen ist netzbezogener Strom wir haben keine PV-Anlage im Referenzgebäude wir beziehen den Strom aus dem Netz und das wären dann 560 560 Gramm CO2 Äquivalente pro Kilowattstunde mal 2,8 mal 270 also 560 mal 2,8 mal 270 sind immerhin 423 Kilogramm CO2 Äquivalente pro Jahr das heißt ich habe Emissionen meines Referenzgebäudes der Größenordnung 9 3 also Kilogramm CO2 also 4,04 Tonnen CO2 emittiert unser Referenzgebäude pro Jahr wie gesagt wir stellen das später noch mal ins Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch auch da können wir oder können Sie selber ja überlegen hängt natürlich davon ab wie viele Kilometer Sie pro Jahr fahren und welchen Kraftstoff Sie tanken machen wir das gerade mal und da untersuchen wir einfach mal zwei wir untersuchen mal einen Benziner und einen Diesel und wie viel Kilometer fahren wir pro Jahr was nehmen wir 15.000 20.000 nehmen wir 20.000 Kilometer Fahrleistung pro Jahr welchen Kraftstoffverbrauch unterstellen wir wird vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein ich kann das jetzt für unseren Diesel zum Beispiel mal sagen 6,2 Liter pro 100 Kilometer an Kraftstoffverbrauch Benziner verbraucht meistens ein bisschen mehr das nehmen wir da keine Ahnung 6,8 Liter pro 100 Kilometer das heißt wie viel Liter verbrauche ich jetzt pro Jahr also mal die Fahrtleistung mal 20.000 dividiert durch 100 kann ich natürlich die entsprechenden Nullen mal raus streichen dann habe ich quasi den Kraftstoffverbrauch und jetzt brauche ich noch die Emissions Kennwerte von Diesel und von einem Benziner da würde ich sagen wir suchen einfach mal CO2 Benzin gucken wir mal was wir da finden wie viel CO2 aus 1 Liter Benzin 1 Liter Benzin verbrennt zu 2,33 Kilogramm CO2 1 Liter Diesel verbrennt zu 2,64 also 2,33 2,64 Kilogramm CO2 Äquivalente pro pro was pro Liter pro Liter genau pro Liter und hier auch wieder Kilogramm CO2 Äquivalente pro Liter jetzt gucken wir mal ob das von den Einheiten so halbwegs passt wir haben die Liter die sich rauskürzen das passt wir haben die Kilometer die sich rauskürzen das passt übrig bleiben Kilogramm CO2 Äquivalente also die Einheiten sind sauber setzen wir das mal ein 6,8 mal jetzt lasse ich direkt die zwei Nullen weg also mal 200 mal 2,33 3168 3169 Kilogramm Kilogramm CO2 Äquivalente pro Jahr wäre das Ganze jetzt gucken wir uns noch den Diesel an 6,2 mal 200 mal 2,64 sind 3.274 Kilogramm CO2 das heißt bei einer Fahrtleistung von 20.000 Kilometern pro Jahr und diesen Standardwerten ja also natürlich gibt es sparsame Autos natürlich gibt es auch effizientere Autos die weniger CO2 emittieren als diese Kennwerte die wir jetzt auf die Schnelle gefunden haben aber für eine erste Einschätzung finde ich es schon mal ganz gut dass ihr Haus pro Jahr mehr CO2 also das Referenzgebäude das Referenzgebäude mit einer Erdgastechnik das muss ich ja eigentlich auch mit einem fossilen Auto vergleichen dass das mehr emittiert CO2 als ein PKW ist doch schon mal eine interessante Erkenntnis das heißt es ist ungefähr gleich schädlich ob sie Auto fahren oder in einem Haus wohnen mit diesen Emissionskennwerten meistens haben sie beides schon klar aber wenn wir jetzt CO2 reduzieren wollen ja was machen wir beim Gebäude beim Gebäude brauche ich vielleicht einen anderen Treibstoff einen anderen Kraftstoff einen anderen Primärenergieträger und das schauen wir uns jetzt an haben sie Fragen bis hierhin erstmal ok das war das Referenzgebäude und jetzt schauen wir uns verschiedene Planungsvarianten an wie möchte ich mein Haus mit welcher Anlagentechnik möchte ich mein Haus versehen und da habe ich jetzt mal drei rausgesucht drei normale Kombinationen von Gebäudetechnik die Nummer zwei also die erste Variante wäre ein Gasbrennwertkessel kombiniert mit einer solaren Trinkwassererwärmung einer Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung also das ist sozusagen das neue gegenüber dem Referenzgebäude ich lasse die Fensterlüftung und die Abluftanlage weg stattdessen nehme ich jetzt und möchte das auch bewerten eine Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung die energetischen Vorteile haben wir gesagt die bilanzieren wir nicht bei der Lüftungsanlage sondern bei der Anlagentechnik insofern müsste jetzt hier ja ein wesentlich geringerer Endenergiebedarf rauskommen als beim Referenzgebäude schauen wir uns das gleich an dann die nächste Variante eine Luftwasser Wärmepumpe also eine ganz andere Technik Luftwasser Wärmepumpe mit Fußbodenheizung und Fensterlüftung also keine ja keine Lüftungsanlage keine solare Trinkwasser Erwärmung sondern ein reduziertes System nur Luftwasser Wärmepumpe wir überprüfen ja dann nach der Pause auch ob das überhaupt zulässig ist aber wir untersuchen es mal und als dritte Gebäudetechnik Variante dann den Holzpellet Kessel mit solarer Trinkwasser Erwärmung und Fensterlüftung ein Holzpellet Kessel das wird vielleicht Herr Mock letzte Woche gesagt haben ist super wenn er durchläuft ja sie zünden Holz an Holz verbrennt sie erzeugen Wärme alles prima im Sommer aber wenn sie keinen Heizwärmebedarf haben sondern nur Trinkwasser erwärmen wollen dann ist so ein Holzpellet Kessel nicht so super darin wird kurz angehen warm Wasser erwärmen nach zehn Minuten wieder ausgehen drei Stunden später wieder kurz angehen wieder ausgehen das heißt der Chem sehr stark ins takten nennt man das und hätte einen sehr großen Verschleiß insofern kombiniert man einen Holzpellet Kessel mit einer Solarthermie Anlage damit ich im Sommer den Holzpellet Ofen auch wirklich komplett ausstellen kann und mein gesamtes warmes Wasser über die Solarthermie Anlage beziehe das funktioniert das ist ganz ganz easy dann habe ich keinen taktenden Holzpellet Ofen ich habe eine effiziente Nutzung regenerativer Energien Solarthermie das System wird aber sicherlich was teurer sein von der Investitionsseite her das gucken wir uns gleich auch an also die drei Varianten möchte ich jetzt untersuchen und da wäre jetzt die Vorgehensweise dieselbe nämlich erstmal die richtige Anlagenvariante rauszufinden und das können sie jetzt auch mal machen das heißt wir gucken jetzt mal für die verschiedenen Anlagenvarianten das nach wir teilen uns gleich mal auf in Gruppen sie finden entweder sie schreiben es nochmal ins Arbeitsheft oder wenn sie digital arbeiten können sie sich auch einen frischen Zettel sozusagen nehmen und wir hätten jetzt für die einzelnen Varianten Variante 1 Variante 2 Variante 3 in der Variante 1 hätten wir dann die Wärmepumpe die wird sicherlich das Wasser auch zentral mit der Heizung also die Wärmepumpe erzeugt die Heizwärme und das Trinkwarmwasser wir haben keine Solarthermieanlage das stimmt gar nicht die Variante hier ist ja die Variante 2 Entschuldigung so die Variante 1 wäre Brennwertkessel Gasbrennwertkessel ich habe eine zentrale Wärmeerzeugung ich habe eine solare Wärmeerzeugung des Trinkwarmwassers ich habe eine Wärmerückgewinnung also das ist ja das neue die Wärmerückgewinnung in dieser Variante ansonsten nehme ich wieder dasselbe freie Heizkörper und überwiegend innerhalb der thermischen Hülle die Variante 2 ist dann meine Wärmepumpe zentral ohne solare Hilfe ohne Lüftungsanlage und bei einer Wärmepumpe da hat Ihnen Herr Mock ja auch erzählt ist die Vorlauftemperatur niedriger bei Heizkörpern brauche ich 55 Grad vielleicht Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung weniger insofern kombiniert man eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung Fußbodenheizung wäre also hier die Variante und da überlasse ich es jetzt Ihnen sich da mal mit zu beschäftigen wo das Ding steht wo die zentrale Anlagenkomponente steht und die dritte Variante war dann mein Holzkessel Holzkessel warmes Wasser wird zentral bereitet ich habe wiederum eine solare Trinkwarmwasser Bereitung ich habe keine Lüftungsanlage und ich werde jetzt hier auch wieder auf Heizkörper gehen und das Ding steht sicherlich genauso innen wie alle anderen wie die erste Technik auch und die zweite Fragezeichen so und da würde ich jetzt einfach mal sagen damit sie auch wieder so ein bisschen ans tun kommen und das Feedback in den Bögen war ja so dass ich sie mehr aktivieren soll insofern erstellen wir jetzt drei Räume in die ich sie automatisch stecken werde das heißt wenn es gleich losgeht hat jeder von ihnen eine feste Zuweisung und das Ding nennen wir hier dann auch Raum eins Raum zwei und Raum drei das heißt wenn sie in Raum drei sind gucken sie nach dem Holzkessel wenn sie in Raum zwei sind und so weiter sie wissen was ich meine gucken sie da einfach mal rein ich würde sagen machen sie die Kamera an reden sie miteinander nur wenn sie es selber erarbeiten haben sie für das Projekthaus direkt schon ihre Informationen und ich würde mal sagen das Ganze sollte dann eigentlich nicht länger als fünf Minuten dauern und dann sammle ich sie wieder ein gibt es Fragen zu der Vorgehensweise die PDF brauchen sie dann natürlich also nicht nur das Inhaltsverzeichnis sondern auch die PDF das heißt einer wenigstens aus der Gruppe sollte die PDF dann aus dem OneNote oder aus dem Perinorm oder aus dem OLAT-Kurs also überall da finden sie diese diese 47.01 Norm sollte das da wiederfinden wenn sie jetzt in der Gruppe gar keine PDF der 47.01 finden dann melden sie sich nochmal dann gucke ich dass ich sie hochladen kann ich weiß nicht ob das geht die ist ja relativ groß okay dann würde ich sagen sehen wir uns gleich der David kann ja im Hauptraum bleiben und dann gucken wir mal was raus kommt und dann dann wir auch haben